Was geht ab, meine liebe Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Friends. Wir geben uns einen neuen Track von Jack von Crack. Track von Jack von Crack. Mit dem Namen Krieg. Produziert das Ganze von Jeno. Jeno Beats. Jeno Beats. Irgendwas Beats. Und ich bin gespannt. Bewertung sieht sehr gut aus. Video ist, denke ich mal, wieder von Crackhausen. Himself, Crack Movie, exactly. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich habe keine Promo oder so gesehen. Ich weiß nicht, ob es erneut irgendwie ein Diss-Track ist oder ob geschossen wird gegen jemanden. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns zusammen rein. Wir hören uns zusammen rein, Freunde. Let's go. Der, der, der habe ich gehört, macht noch gute Musik. Okay, guck mal. Dann zeige ich dir, wer ist Jack von Crack. Zeig mal, genau. Das Haar in eurer Suppe. Ich bin der Chefkoch. Und so sieht es nämlich aus, Freunde. Chefkoch von South Park. Das ist übrigens auch Jack von Crack. Wissen die wenigstens. Das Haar in eurer Suppe. Ich bin euer Chefkoch. Ich lade, zieh und schieße. Alles noch für die Familie. Ich finde die Stimme sehr angenehm. Er hat jetzt ja immer so ein bisschen leicht in seiner Stimme rumvariiert irgendwie. Er macht jetzt ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es jetzt selber auch gemastert hat. Aber das Album hat er... Ne, das hat jemand anders gemastert. Okay, aber das Album hat er zum Beispiel selbst abgemischt. Deswegen war da die Stimme ein bisschen anders und hier ist es wieder ein bisschen anders irgendwie. Aber ich finde die Stimme gerade angenehm. Ey, das ist gut. Das geht gut nach vorne. Der Beat ist auch schön. Der Beat passt sehr, sehr gut. Das ist irgendwie... Es ist mal wieder gerade so vom Feeling her so ein Jack von Crack Track, der gut nach vorne geht irgendwie. Der krass nach vorne geht. Ich setz mich zum Peps, nimm den Pack an den Letztisch. Und diese Sache ist noch längst nicht zu Ende. Ende. Doch ich bin schon jetzt ne Legende. Uh. Keiner will Bief, keiner will Krieg. Doch ich nehm die Punchline, Buff und Cheese. Oh. Und mit dem Titel King of Rap. Und dann bin ich wieder weg. Uh. Keiner will Bief, keiner will Krieg. Doch ich nehm die Punchline, Buff und Cheese. Das ist nice gemacht. Und mit dem Titel King of Rap. Und dann bin ich wieder weg. Weil er hier in der Hook jetzt so diese alte oder ältere Jack von Crack Stimme hat. Diese noch kratzigere, tiefere. Durch das Doublen. Aber jetzt zum, zum, für seine normalen Parts hier. Ne etwas hellere Stimme. Auch wenn sich das, äh, ähm, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört bei Jack von Crack von der hellen Stimme zu reden. Aber ne etwas hellere Stimme gewählt. Aber ich finde die Hook sehr angenehm. Geht auch, geht halt einfach gut nach vorne. Der Beat passt halt auch sehr gut. Ist ein ungewöhnlicher Jack von Crack Beat, würde ich schon fast sagen. Und Cheese. Und dann bin ich wieder King of Rap. Und dann bin ich wieder weg. Menschen, die sich als ehrenlose beweisen. Legen wir auf Gleis und knebeln sie dort mit Seilen. In einer Nacht und lebe Aktion. Ich geh wie gewohlen meinen Weg bis zum Kronach. Meine Therapie. Ey, das ist wirklich ein krasser Beat. Schaut uns an jeden Beat zum Beispiel. Red Rest in Peace. Ballert dann auf Enemies. Als wären sie Kennedy. Ich mach mein bisschen Helfahrt ins Geschäft. Ne Marionetto. Gar nicht zu Spreiche. Allein geschaffen. Und meine Zeit genutzt. Im kleinen Fazit. Bin wegen euch eingebrochen. Aber kein Ding. Ich hab mich nach oben wieder durchgeschlagen. In der Sound. Das ist angebracht. Durchzuhaar. Bei dieser Jack hier die Szene rasierend. Auf lürische Art. Jeden Schädel wird sie immer rein. Mmm. Mmm. Es ist ein Mord. Es ist brutal. Im Weg hier Versager. Der König ist wahr. Oh. Keiner will Biest. Keiner will Krieg. Die Hoke ist abzuhelfrüchen. In die Bandschlein war von Cheese. Und wenn die Tiefel noch fefft. Und dann bin ich wieder weg. Keiner will Biest. Keiner will Krieg. Doch ich bin die Bandschlein war von Cheese. Und wenn die Tiefel ging auf Rap. Und dann bin ich wieder weg. Oh. Ich muss sagen die letzten. Oh wir haben noch ein Outro. Das bin ich übrigens Freunde. Da wurde ich gemeißelt, gemarmort, gesteinert. Am 18. Jahrhundert im Frühjahr. Ey. Ich muss sagen die letzten 1-2 Sachen von Jack von Crack haben mir nicht so unglaublich gut gefallen. Da dachte ich so okay. Ein bisschen was anderes wäre vielleicht nice. Ähm. Das waren einfach nicht persönlich meine Favorite Tracks. Aber der geht wieder gut nach vorne. Sehr sehr geile Hook irgendwie. Gutes Feeling. Gute Atmosphäre. Die Stimme war nice. Die Hook war gut. Und es kommt einfach. Es ist einfach wieder nach vorne so. Ich hab Bock ein bisschen zu laufen jetzt. Ich hol mein Laufband auf Amazon. Das ist teure sogar. Für 2,99. Nicht für 3,99. Digga. Echt nice man. Real Talk. Geht gut nach vorne. Macht einfach Spaß finde ich. Man hat auch gemerkt, er hat wieder Bock gehabt. So hier richtig. Fand ich. Auch im Musikvideos war. War stimmig. War einfach stimmig. Schaut uns an. Jeno Beats nochmal für den fetten Beatfreunde. Lasst mir eure Meinungswinkel in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen. Seht uns bei einem weiteren Video. Bis dann. So wie immer. Und ciao.